Willkommen zu einem neuen Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Tilo, Backseat. Und das ist auch das letzte Video für 2023. Das Video kommt am 31. Dezember online. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf jeden Fall. Und ja, krass, dass das Jahr auch schon vorbei ist. Wir haben sehr, sehr viel gemacht hier, sehr viele Videos. 200 Videos oder so dieses Jahr rausgehauen, ungefähr. Sehr, sehr krass. Ja, ein neues Song von Tilo. Das letzte von Tilo war ja die EP mit Melee. Habe ich die zwei Singles angehört und darauf reagiert. Aber ich bin euch ganz ehrlich, ich habe die EP noch nie gehört, außer die zwei Singles. Weil kaum keinen Reiz gehabt, irgendwie das zu hören. Weil eigentlich, ihr wisst, ich bin eigentlich sehr großer Tilo-Fan. Ich habe hier die zwei Album-Boxen stehen, war bei Konzerten, aber weiß ich nicht. Letzte Zeit hat es für mich persönlich nachgelassen bei ihm. Ich bin auf den Song gespannt. Ja, wir gehen rein. Let's go. Ja, ohne Musikvideo, ne? Okay, der Beat knallt auf jeden Fall ordentlich rein. Das gefällt mir schon mal. Und ich weiß, ich falle, wenn du jetzt gehst. Egal, was ich sage, ist schon viel zu spät. Komm, lass uns leben auf dem Backseat. Ein letztes Mal ist auch egal, ob danach wirklich, wirklich alles zerbricht. Wie ist der Song jetzt? Ist der jetzt wieder, ist der schon älter oder so? Weil das sind ja hier sehr, sehr traurige Sachen. Aber wenn man so guckt, ist der ja wieder zusammen mit seiner Freundin. Was mich natürlich auch sehr vielen freut, ne? Also wahrscheinlich schon älterer Song, den die jetzt einfach noch rausgebracht haben, ne? Ja, textisch ist es cool. Schon, muss man sagen. Ist halt nichts Neues. Muss man schon sagen. Weil Tido, das ist irgendwie das Ding, was mich in letzter Zeit bei ihm so ein bisschen stört. Ist irgendwie, dass es immer alles wiederholt, wisst ihr? Textisch und alles. Auch beatmäßig so. Mal was Neues von ihm. Das würde ich echt abfeiern, muss ich wirklich sagen. Der Song ist nicht schlecht, so. So ist es nicht, ne? Aber ich sag jetzt mal was. Das werden vielleicht viele nicht verstehen, so. Aber es ist so, für mich ist es so, es gibt manche Musiker, die bringen eine Single raus. Und dann ist das cool, dann ist da eine Single, die kann man hören, so. Aber es gibt manche Musiker, die bringen eine Single raus. Und dann frage ich mich so, warum hast du das jetzt rausgebracht? So. Vielleicht liegt es daran, dass ich eigentlich Musiker höre, die keine Singles rausbringen. Also hauptsächlich, dass du Leute hörst, die nur Album und EPs rausbringen und keine Singles. Vielleicht liegt es daran, aber zum Beispiel Tido ist so einer. Da frage ich mich manchmal, so, warum jetzt ein Single so? Einfach der Song rausgebracht, dann gibt es den Song und dann ist auch wieder Schluss, so. Nicht irgendwie so ein großes Projekt, wisst ihr? Das ist irgendwie so. Also bei Tido habe ich das irgendwie, sodass ich mir so denke, warum eine Single so? Verbinde das doch irgendwie mit einem coolen Projekt. Ja. Weil eigentlich kommt ja immer Ende des Jahres Everything's Purple. Das kam ja dieses Jahr nicht, dafür die EP mit Melee. Okay, ja, dann wahrscheinlich nächstes Jahr Everything's Purple 3, ja. Ja, das stimmt, ne. Also die Zeit vergeht geisteskrankt schnell, ne. Ja, 2023 ist bei mir sehr viel passiert, sehr, sehr viel auch privat. Die Zeit ging so schnell rum, ne. Wirklich, wirklich krass, ne. Ich hatte überlegt, sogar mal so ein Video zu machen, so mein 2023, wo ich irgendwie so ein paar Highlights aufliste, so. Ob ich das mache? Wahrscheinlich nicht, aber habe ich dran gedacht. Ich glaube, ich kann nicht anders, doch verletz sie. Ja, wir kommen von da, wo der Dreck liegt. Und manche Jungs sind bis heute leider immer noch da. Und ich weiß, ich fall, wenn du jetzt gehst. Egal, was ich sag, ist schon viel zu spät. Komm, lass uns eben auf dem Backseat. Ein letztes Mal ist auch egal, ob danach wirklich, wirklich alles zerbricht. Ja, ist ganz cool, der Song, ja. Aber ob ich den nochmal höre? Wahrscheinlich nicht, bin ich ehrlich. Bin ich ganz ehrlich, so. Yo. Okay. Backseat, ja. Der letzte Song für dieses Jahr. Das letzte Video für dieses Jahr. Wie gesagt, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Krass, dann haben wir ja schon 24, heftig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer hat euch der Song gefallen, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abo den nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein. Ciao.